Die umfangreiche Interliving-Esszimmer-Serie 5107 beeindruckt durch die riesige Vielfalt an modernen Stuhl- und Tischgestellen. Dank vielfältiger Kombinationsmöglichkeiten und des individuellen Designs lässt sich mit der Interliving-Esszimmer-Serie 5107 ein außergewöhnlicher Akzent in Ihrem Speisezimmer setzen. Die Schalensessel begeistern mit Mikrofaserbezügen in vier modernen Trendfarben, die in Optik und Haptik an Nubuk-Leder erinnern. Wahlweise mit Designkufen oder Stativgestell in Eisenschwarz oder Balkeneiche massiv. Gegen mehr Preis auch mit 180 Grad Drehfunktion. Extra-leger gepolstert für bequemes Sitzen. Sie können aus drei Tischgrößen, zwei Gestellen, zwei Holzfarben und zwei Profildesigns wählen. Die wertige rustikale Tischplatte aus Balkeneiche mit urwüchsigen Merkmalen und Ästen dominiert hier die Szene. Die Oberfläche ist in den Farben Natur oder Antik erhältlich. Das Tischplattenprofil wahlweise mit Facett oder als Trapez. Weitere Design-Highlights sind die innovativen Gestelle. Entweder als Kreuzkufe in Eisenschwarz oder als Trapezkreuz in Eisenschwarz. Die Interliving Esszimmerserie 5107 trägt das goldene M der Gütegemeinschaft Möbel und bietet volle 5 Jahre Herstellergarantie. Interliving. Möbel für mich gemacht.